Also die Pleuzapfen von der Kurbelwelle spürt man überhaupt keine Riefen, sind überall schön blank, also wenn man sie putzt, jetzt habe ich natürlich wieder den öligen Händen angelangt, um euch das zu zeigen. Ja, also man spürt mit dem Fingernagel überhaupt keine Riefen und da sieht soweit alles gut aus. Sonst müsste man die nachleppen, das kann man mit der Rückseite vom Schleifpapier in der Lappkaste machen, aber dann müsste das auch alles aus dem Motor rausbringen. Ich will jetzt den Motor nicht noch weiter zerlegen, ich werde ihn jetzt auch nicht zum Dampfstrahlen schleppen oder sonst was machen, also ich werde ihn jetzt so gut es geht auswaschen, danach ausblasen, aber ausblasen nur, wenn ihr keine Späne seht. Also nicht in den Spänen rumblasen. Ausblasen erst, wenn der Motor sauber ist und ihr keine Späne seht. Jetzt blast ihr euch die Späne grad hoch und irgendwo rein, dann lieber unten liegen lassen. Okay, also geht nachher weiter mit den Pleuelen probieren.